Metal-Leute, servus und willkommen zu einem neuen Video, yeah, ähm, das zweite, ja, es gibt so ein paar News, da muss ich einfach ein paar Videos machen, das letzte war Cringe, ich weiß, Englisch, aber jetzt gibt's noch wieder ein Video auf Deutsch und zwar gibt's Highschool.dxt Hero ab 23. Oktober, also in knapp einem Monat, bei der Anime Night auf ProSieben, ja, vielleicht gibt's ja noch Leute unter euch, die Fernsehen gucken, ich nicht, aber falls ihr Highschool.dxt mal gucken wollt, legal und for free, guckt's im Fernsehen, ja, ähm, ich weiß, das macht keiner, aber, naja, äh, ja, läuft im Fernsehen, interessant, ähm, hätte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht, ich meine, die vierte Staffel ist ja jetzt fertig auf Deutsch, ne, und es kommt direkt im Fernsehen, ich meine, klar, warum nicht, ne, alle drei Staffeln davor liefen auch im Fernsehen, ist klar, dass die vierte auch mal im Fernsehen läuft irgendwann, und ja, jetzt läuft die im Fernsehen ab 23. Oktober, ähm, ja, könnt ihr euch angucken, wann genau, wahrscheinlich wie immer nachts, so jeden Freitag 0 Uhr, so wie immer auch, da halt, ne, Anime Night ist, glaube ich, immer noch freitags dort, weil sonst nur Football läuft den ganzen Scheißtag, oder Flash, ähm, ja, und ansonsten kann ich aber announcen, dass so Gerüchte umgehen, dass die fünfte Staffel, ähm, Juni nächstes Jahr kommen soll, also schon Anfang, Mitte nächsten Jahres, wegen Corona vielleicht sogar Ende, aber, es gibt Gerüchte, ne, ob die wahr sind, das weiß keiner, aber es gibt so ein paar Gerüchte, ähm, ja, so viel soll gesagt sein, und ja, ich versuche mal Videos zu machen, auch wenn sie keiner guckt, verpisst euch. ... ...